Meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu meinem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Es ist das zweite Video des Tages, denn wir haben die nächste Transfermeldung bekommen. Man merkt, die Transferphase geht langsam los und zwar Ole Pohlmann soll wohl auf Werders Liste sein. Werder beschäftigt sich wohl intensiv mit dem Spieler und ich dachte mir, boah, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ein Dortmund-Spieler bzw. spielt ja überwiegend in der zweiten Mannschaft bei Dortmund, also in der dritten Liga. Das muss man dazu auch sagen. Die zweite von Dortmund spielt ja in der dritten Bundesliga. War aber auch schon in der ersten Mannschaft das eine oder andere Mal im Kader. Kam auch dort zu seinem, ich weiß gar nicht, ob es sein erster Bundesliga-Einsatz war, aber auf jeden Fall auf dem Bundesliga-Einsatz. Kommen wir gleich zu. Ihr könnt gerne direkt zu Beginn einmal einen Däumschlag oben dalassen, gerne ein Abo dalassen. Dann habe ich noch was für euch und zwar über Ole Pohlmann bei Dortmund ist natürlich naheliegend, dass ich da meinen geschätzten YouTube-Kollegen, den größten Dortmund-YouTuber, frage. Ey, Toxi, wie sieht es denn aus? Toxi von die Pölers. Was kannst du uns über Ole Pohlmann sagen? Und er hat mir netterweise ein Video über ihn gemacht, was ich euch jetzt gleich reinschneiden werde. Aber vorher gibt es das Intro. Ihr könnt gerne jetzt schon mal eure Meinung zu diesem Spieler reinschreiben und dann nach Toxi rede ich dann wieder weiter. Also erstmal jetzt das Intro. Der ist gut! Der ist gut! Wir haben gegen Feier gewonnen! Justin! Justin! Hi, Justin hier. Liebe Grüße an Henry Nico, seine Community. Viel Spaß mit dem Video. Grüße gehen raus an die Werder Bremen Community. Ja, da seid ihr wohl dran an Ole Pohlmann von Borussia Dortmund, der vornehmlich bei unserer zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt in der dritten Liga. Da ist er aber tatsächlich eine wichtige Stütze für Borussia Dortmund und hat auch wirklich eine starke Saison gespielt. 29 Spiele hat er bisher gemacht, 13 Tore erzielt und 10 weitere vorgelegt. Aber er schnuppert natürlich auch immer wieder am Profikader beim BVB, hat auch einen Profi-Vertrag und Edin Terzic sagt eigentlich auch immer, dass er nah dran ist, dass er es im Training gut macht, dass er es mehr Minuten eigentlich auch verdient hat. Aber er bekommt sie eben nicht und ich glaube, für seine persönliche Entwicklung wäre es daher gar nicht so schlecht, sich einem, ja ich denke mal, Bundesligisten anzuschließen, wo er schon Ambitionen hat, wo es ja vielleicht in Richtung internationales Geschäft irgendwann gehen kann, aber wo man zumindest im gesicherten Mittelfeld steht und wo er auch auf seine Minuten bekommt. Ich sage mal, so wie sich die Justin-Ginmar-Leie nach Dortmund ja bezahlt gemacht hat, so würde auch sicherlich Ole Pohlmann den Kader von Werder Bremen verstärken können. Die beiden kennen sich ja auch und ich persönlich fände es sogar echt schade, wenn Pohlmann geht. Ich würde ihn beim BVB öfter mal bringen, würde ihn eigentlich selber gerne entwickeln. Er ist technisch versiert, er spielt im zentralen Mittelfeld, er ist ballsicher, er ist auch ein Spielmacher, er weiß, wie er auch die Räume findet, um sich auch anzubieten, um auch die Bälle dann zu bekommen und er ist durchaus auch kreativ, traut sich auch vielmal in Eins-gegen-eins-Situationen was zu und gewinnt die auch gar nicht so wenig, ist auch ein aggressiver Spieler, hat ein gutes Anlaufverhalten, hat eine ordentliche Geschwindigkeit mit dabei. Also so richtige, krasse Schwächen, finde ich, hat er eigentlich gar nicht, aber eben gerade diese Spielmacher-Qualität hat er und die Ballkontrolle, das sind so seine herausragenden Fähigkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn Werder Bremen das machen sollte bei dem Marktwert von einer Million Euro, die er hat, dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein Transfer, der sehr gut ist und der für den Verein sehr gut ist, aber auch für den Spieler und der könnte bei euch auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen. Und wenn es so kommen sollte, wünsche ich Ole Pohlmann auf jeden Fall alles Gute, ist wirklich ein feiner Kicker und wenn er beim BVB, solltet ihr mal gucken, wenn er da gespielt hat in den Vorbereitungsturnieren, war auf der Asienreise und so weiter mit dabei, dann wusste er da eigentlich echt zu überzeugen und ist auch immer aufgefallen. Checkt also auch gerne mal die Videos einfach von ihm ab und sollte es so kommen, Ole, dann ist Werder Bremen keine schlechte Wahl. So, erstmal vielen lieben Dank, Toxi, dass du uns das Video rübergeschickt hast mit deiner Dortmund-Analyse aus deiner Dortmunder Sicht, konntest du uns damit eben auch einen kleineren, besseren Eindruck über Ole Pohlmann machen. Ich habe natürlich mich auch mit dem Spieler beschäftigt und habe erstmal, man muss natürlich dazu sagen, wenn man jetzt erstmal nur das sieht, okay, Ole Pohlmann, 23 Jahre jung geworden, 1,83 großzentrales Mittelfeld, spielt jetzt in der dritten Bundesliga, hat einen Makkel von einer Million. Und jetzt siehst du auch noch, Bundesliga 1-Einsatz gegen Heidenheim. Dann denkst du dir, ja gut, das ist natürlich jetzt hier erstmal nicht so, wo du sagst, der knallt mir jetzt sofort ins Auge. Wenn du dann aber weiterschaust und gehst hier auf die dritte Liga, da wo er eben auch hauptsächlich spielt, siehst du, dass er 29 von 29 möglichen Spielen gemacht hat, 13 Tore und 10 Vorlagen, das heißt 23 Scorer aus dem zentralen Mittelfeld heraus für Borussia Dortmund 2 gemacht hat, was absolut, absolut stark ist. Und gleichzeitig fallen natürlich noch ein paar Sachen mehr ins Auge. Erst bei der Beraterfirma Roof, wo wir ja auch schon das ein oder andere Mal, ich sag mal, Kontakt mit hatten. Bei Roof ist nämlich der ein oder andere Spieler, der auch schon bei uns war, beziehungsweise der auch, den wir auch ganz gut kennen, und zwar Niklas Füllkrug. Ich weiß gar nicht, ob bei Roof jetzt gerade sogar noch aktuell Profis bei uns sind, es könnte mit Sicherheit der ein oder andere gerade noch herausfinden, aber das ist mir auf jeden Fall sofort ins Auge gefallen, weil wir damals bei Niklas Füllkrug darüber gesprochen haben, als er nämlich die Berateragentur gewechselt hatte. Deswegen kam mir das sofort bekannt vor. Jetzt gibt es natürlich ein paar Sachen, die wir hier noch zu sagen müssen. Guck mal, hier ist Bremen mittlerweile auch gelistet. Und zwar Ole Pohlmann hat auch schon zusammen mit Justin Jimmer gespielt. Das heißt, auch Justin Jimmer könnte natürlich seine Erfahrung mit Ole Pohlmann Werder weitergeben. Nicht, dass man jetzt sagt, okay, wir hören jetzt auf den Spieler, aber es ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn ein Spieler schon mal tendenziell mit ihm zusammengespielt hat. Was ich super interessant finde, ist, dass wir im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall weitläufig suchen. Wir hören hier gerade ein Gerücht nach dem anderen im zentralen Mittelfeld. Das heißt, entweder wird ganz anders geplant, als wie wir jetzt gerade das Ganze sehen, weil in dem 3er-Mittelfeld, klassischen 3er-Mittelfeld, oder 2er-Mittelfeld mit nur zwei Sechsern, da brauchen wir zwangsweise nicht unbedingt Verstärkung, wenn wir wirklich nur mit 2 spielen. Wenn wir natürlich mit 3 oder mehr oder 4 sogar spielen, das heißt 2 ZMs, 1 ZOM, dann wird es sehr interessant. Wir haben heute Morgen erst über einen eventuellen Rekord, also nicht Rekord, doch für uns jetzt gerade sind es Rekordverhältnisse, zumindest Transfer-Koop gesprochen. Jetzt reden wir über einen Spieler, der dem absolut die Zukunft gehört. Er möchte gerne den Durchbruch schaffen in die Bundesliga. Er möchte gerne auch in der Bundesliga spielen, so hört man wohl. Ich bin gespannt, was Tox hier eben jetzt gerade eben auch euch schon gesagt hat. Ich werde es ja gleich erst hören. Aber für mich persönlich, oder das heißt für mich persönlich, auch von der einen oder anderen Zeitschrift wurde es schon geschrieben, hat er natürlich bei Werder deutlich höhere Chancen auf Spielzeit als bei Borussia Dortmund in der Bundesliga. Wenn er den Durchbruch schafft, dann eben eher bei Werder Bremen als bei Borussia Dortmund aktuell in der 1. Liga. So sehe ich das einfach im zentralen Mittelfeld. Er dürfte dann sowieso Platz sein, wenn wir da im Sommer ein bisschen umbauen. Cater vielleicht sogar, der Vertrag aufgelöst wird. Aber er hat natürlich auch da ordentlich Konkurrenz. Wenn alle bleiben, also wenn Stey bleibt, Skelly bleibt und noch einer kommt im zentralen Mittelfeld, dann haben wir noch einen Isaac Hansen da, einen Romano Schmieter. Ich bin sehr gespannt, auf welche Information das Ganze hinausläuft. Ich würde mich ja wahnsinnig freuen, wenn wir echt die Werder-Raute wiedersehen würden. Mit einem klassischen Sechsern, zwei Achter und einem Zehner. Da wäre ich auch sehr gespannt, in welcher Position man Ole Pohlmann hier sieht. Wir können ja mal auf die Leistungsdaten sehen. Und dann sehen wir, er hat im Mittelfeld eigentlich so ziemlich jede Position schon gespielt. Hauptsächlich spielt er aber im offensiven Mittelfeld in dieser Saison. Offensiven Mittelfeld und zentralen Mittelfeld. Also er wird zumindest so gelistet. Gerne könnt ihr mich korrigieren, wenn ihr wüsst, ob es sich jetzt irgendwie geändert hat. Aber er kann eben auch auf rechts außen spielen. 47 Spiele, 14 Tore, 10 Vorlagen. Offensives Mittelfeld, 40 Spiele, 9 Tore, 13 Vorlagen. Zentrales Mittelfeld, 24 Spiele, 4 Tore, 12 Vorlagen. Also ihr seht schon, wahnsinnig flexibel. Aber soweit ich weiß, hat er in dieser Saison überwiegend im zentralen bzw. zentraloffensiven Mittelfeld gespielt. Er wird auch hier als zentraloffensiven Mittelfeldspieler gelistet. Hat für die deutsche U18-Nationalmannschaft auch schon gespielt. U17 gespielt, U16 gespielt und auch U15 schon gespielt. Also auch das immer ein gutes Zeichen zumindest mal. Das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Ja, wir sehen auch hier zentrales Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Also ich weiß nicht. Ich habe momentan echt, ich will es noch nicht herbeirufen. Aber ich habe momentan das Gefühl, es könnte eventuell sein, dass wir wirklich wieder in so eine Art Richtung Raute gehen. Das wäre natürlich ein Brett. Das wäre ein richtiges Brett. Also ein Sechser, zwei Achter und ein Zehner für die kommende Saison, das würde ich schon anders feiern, sage ich euch ehrlich. Und dann vielleicht echt Doppelsturm, je nachdem, wenn du hinten die Fünferkette auflöst und zur Vierkette gehst. Boah, da hätte ich schon sehr, sehr viel Bock drauf. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare rein. Lasst alle gerne nochmal ein Däumscher oben da, eure Meinung zu Ole Polmann mal reinschreiben. Ganz wichtig nochmal zum Ende zu sagen, ich glaube, das habe ich tatsächlich gerade ein bisschen untergegangen, weil ich es ja sonst immer alleine mache und jetzt Toxi praktisch hier mit ins Boot geholt habe. Aber es wäre Ablöse fällig. Er hat noch einen Vertrag bis 2025, Markt wird von einer Million. Die Ablöse dürfte aber überschaubar sein zumindest mal. Wichtig hier wäre, dass keine Rückkaufoption vereinbart wird. Das ist natürlich etwas, wo ich jetzt aus reiner Werder Sicht sagen muss, bitte nicht. Ich finde es aber, es ist ein spannender Mann, sehr spannender Mann. Würde mich freuen, wenn er bald für Werder spielt und wir dann seinen Namen in grün-weiß sehen. So, eure Meinung, gehen wir mal rein. Ich bin raus, euer Nico und ciao, ciao.